9 18 hätte ich noch zwei tor mit dem rom zu mehr und ein tor mit brüderchen mehr dann hätte ich dreimal die torprämie die hat definitiv 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 ich habe eiskalt von jedem noch den vertrag verlängern müssen ok der ist permanent bei mir der ist jetzt 99 spiel der ronso ist jetzt noch 91 spiel ein spiel der kann weg der ist nicht ganz so stark jetzt kommen wir die ich bin jetzt schwer wir haben nämlich den torwart den ich eigentlich immer habe mit tor 19 eine tor fange 19 oder alle schlafen ich habe früher immer ihn hier als torwart gehabt weil er der stärkste torwart ist zu der zeit da muss ich die schwere geschütze auffahre bei tor bei fange 19 weil der hat nur tor 15 das heißt der wird definitiv kein tor schießen können vielleicht ein bisschen taktischer zu meinem Rundso zu mir Du weißt, dass ich arbeiten muss? Ansonst gern. Ich arbeite bis heute ca. 18 Uhr. Ab ca. 19.30 Uhr werde ich dann für 2 Stunden zu haben. Also um 19.30 Uhr könnte ich dann 2 Stunden zu haben. Ich muss morgen früh wieder um 7 Uhr raus. Um 6 Uhr. Ich habe nicht so viel Ferien wie du. Ausziehen. Echsen passt zu mir. Also wie gesagt länger wie 2 Stunden kann ich heute Abend da nicht. Ich wollte noch 2 Videos aufnehmen. Oh das wird los. Los. Pass. Spiel. Wie lange hast du Ferien? Ich habe dann vielleicht eine Idee. Nächste Woche. Ähm. Gut. Ne. Das kann ich noch nicht sagen. Nächste Woche sind die Arbeitszeiten nämlich anders da weil Ferien sind. Ok. Montag Dienstag auch noch. Ich habe mal gerade wie bei uns. Oh. Oh. Was hat der vor. Wo? Wo kommt sie nicht raus? Ok. Dreh mal eine Runde. Oh. 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 Gegenüber. Oh. Der Ronso. Das auchر latino fatto ist für alle Angriffe. Ja frameileはいvero. und so schlafschuss endlich hat und so schlaf angriff ist wobei die kommen ja sowieso nicht ans tor bei mir ok wen muss ich am papa was ist das für ein komischer name ja jetzt nochmal kurz zum überlegen für mich nach dem stream durch apropos ich mache den stream oder ich bin ein bisschen früher in einer halben stunde mache ich fertig dann kann ich jetzt dann noch ein video aufnehmen dann bin ich heute abend noch mal eher da da ist im endeffekt ich habe heute abend nur ein video zum aufnehmen je nachdem wie ich dann zu hause bin kann ich schon kann ich dann für zweieinhalb stunde also noch ein bisschen länger das könnte ich dann machen das würde dann passen das ist doch den armen männchen ruhe ihr schweine auch nö der schläft auch noch gute nacht jetzt wolle die Das muss ich aber echt wissen. Die erste Torchance gegen mich. Boing. Na super, jetzt ist ich jetzt auch wach, aber die haben wir dann eine Chance. Nein, mache die ein Tor. Also jetzt wolle die es echt wissen. Genau. Hilfe. Danke. Das war der Richtige. Also wenn ich nachher noch die Lust habe, nach dem Stream ein Video aufzunehmen, dann habe ich wie gesagt eine halbe Stunde eher Zeit. Dann wäre das kein Problem. Ja, machen wir heute Abend. So zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr. Ach nö. Lass den armen Mönch in Ruhe. Hilfe. Der hat euch gar nichts gemacht. Der hat euch gar nichts gemacht. Das tut ihr aber noch nicht mit 100% Sicherheit zusage, sondern eher vorsichtig mit 70%. Weil wenn morgen, äh morgen sage ich schon, wenn heute Abend doch noch was dazwischen kommen sollte. Was ich aber eher nicht denke. Ja. Nein. Jetzt steht es 2-1. Errscht Gegentor seit Ewigkeiten. Yay. Da bleibe ich jetzt noch stehen. Also 70% für Monster Hunter heute Abend. Ist das in Ordnung? Ähm. Doch. So rum. Möchtest du nämlich relativ... ...även halte. ... 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 nochmal wie in Anführungszeichen schlecht er macht noch ein Tor Sekunde 10 Sekunde Tor Nummer 6 Es kann sein, dass es sogar ein 12-0 wird Wenn ich das verklick, dann vielleicht sogar noch 13 oder 14 Also die Runde ist echt extrem Wie war das? Ich wollte die eigentlich even halten Scheiße, was? Nehmen wir nochmal die gleiche mit Oh, Torwart Power, endlich Alle können Torwart Power nehmen Das wird geil Ja, für mich 6-0 für mich Okay, ich glaube jetzt wird es kein 12-0 für mich Sondern mit Torwart Power wird es ein bisschen schwerer Also das ganze Blitzball ist komplett Archie last Hm, keine Torwart Power 7-0 für mich Brüderchen will wieder Tor schießen Danke Und gib ihm 17-18 Nicht 12 Oh, da kommt nicht dran Ciao Nummer 2 Ich habe es mal in einem sehr guten Spiel damals Als ich es noch auf der PS2 hatte Hatte ich in einem sehr guten Spiel Sag und schreibe 9 Tore Jetzt bin ich Ich bin jetzt schon bei 8 Danke Äh, nein, die können mir nix Lustigerweise Die können mir echt nix Oh, das erste Mal Das erste Mal Das erste Mal Torwart Power Aber hat nix funktioniert Nix geräucht 9-0 Yay Ja, irgendwie schon Vor allem das erste Tor Das ist 1-0 für mich Das war einfach nur Ups Da wollte ich nicht durch Komm, krieg schon den Hexenangriff Danke für den Ball Im Torhexenschuss Oh Wie war das mit, ähm, Scam? Das erste Mal Dann holt sich halt jetzt darum So, das Bällchen Der braucht unbedingt Irgendeine Schussart Oder auch nicht 10-0 Was zur Hölle ist da los? Äh, aber was ist los? Hast du Ferien Oder irgendwie frei? Oder krank? Danke Also Ferien Oder frei Ah, Film Juhu, deswegen bin ich jetzt so früh schon da Apropos Scam Das da ist Scam Normalerweise könnte die zwei, äh, abfangen, aber Jetzt gibt's kein Abfangen mehr Krieg ich noch ein Tor hin? Komm schon, eins noch Ich hab's sogar schon mal geschafft Ja Der Mönch, der da hinten im Eck ist Mit dem hab ich's sogar schon mal geschafft Oh, die wirft nur ein Pass Mit dem Mönch da hinten im Eck Hab ich's geschafft Ein Tor zu schießen Vom eigenen Tor aus Ah, der hat immer noch, ähm, das reduzierte Tor Oh, okay Oh, okay Normales Tor 10 Sekunden Reicht das, oder reicht's nicht? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nein, reicht nicht mehr für ein 12-0 Aber wenn der jetzt keine Level-Ups bekommt, der Torwart eigentlich Ach du Scheiße Und das war's, ähm, Pokal, äh, das Turnier-Endspiel Hat es 0,25, das war aus Versehen Hier, 1, 0 11, 0